ja ich werde muss ja haha dann fassen wir mal das kabel an und dann fässt er wirklich das kabel ich meine ich dachte jetzt sagt er sind ein alter draht ja ja halt die fresse ich dachte jetzt sagt er so ja ich bin doch nicht bekloppt ich weiß doch nicht das kabel jetzt an natürlich fässt er das kabel an er ist ein richtiger mutfucker er ist ein richtiger er weiß schon wie das geht hier er will sterben das ist ja sein problem wir müssen wir müssen darauf trinnen dass er sich nicht umbringt aber so ging es mir auch bei blackmoor 2 ich bin wahrscheinlich in blackmoor 2000 mal gestorben wegen quick sequenzen wo man einfach so ja sie bücken musste oder so und dann bin ich gestorben da ist ein knopf so richtig fetter roter knopf keiner drückt drauf okay jetzt kann ich das kabel weg machen oder ja noch mal das kabel da weg jetzt geht das strom wieder in 10 verloren damit hier ein stromkabel das habe ich gar nicht gesehen stromkabel ja ja nein das ist ja es ist am meisten sagt das jetzt das wird mir den weg nicht mehr versperren ach so aber erstmal anfassen weißt du ein stromkabel ja was willst du doch sagen zu einer person die einfach kein gehirn hat das hätte er doch das hat er doch gesehen am meisten schon mit licht da war nicht und also ich fasse es einfach mal an kein wunder dass die gordenseite sterben wie die fliegen abgeschlossen junge ja verlassen steht da nur weißt du manchmal hast keine ahnung wie du das machst ja 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 das ist gleich drücken abgeschlossen der schlüssel ist auf der anderen seite denn du warst und guckt dass mich doch gucken was immer das kabel ja wie soll das jetzt machen wir sind kein zauberer ja ich bin jetzt wieder normal also besser sagt weil ich das nicht manchmal nur manchmal haben frauen ein kleines bisschen hau gern was haben wir eigentlich erst das buch geholt nein nicht dieses buch das andere buch dieses also jetzt haben wir schon gelesen also noch nicht noch mal nicht nicht noch mal was können wir dann mit dennoch machen bei debatung kommen wir eigentlich mit klicks hoffen dass es irgendwo noch einen ausgang gibt ich will hoffen dass es noch einen ausgang gibt keine person sollte sich so erniedrig fühlen wie gordon samuel gordon samuel ja aber leider ist es ist die einzige person die so gedemütigt wird von mir weil es einfach nur gedemütigt werden sollte verrecken doch einfach hier drin am meisten ich kenne mir das immer noch so spanisch vor wer hat ihn bitteschön gefunden wenn er tot da liegt das ist richtig dumm erst mal ein grab ich kenne dass er tot ist ja das ist okay aber echt ein grab stein so schnell haben sie ihn beerdigt und da kommt so seine beerdigung no nobody knows you bitch das ist also klar ich habe keine ahnung mami hilf mir ich weiß es nicht ich kann ich die zange noch mal benutzen ich glaube nicht also jetzt machst du es so behindert da junge ich werde versuchen mit der hand durchzukommen und ich mache es aber bitte stirbt nicht jetzt ich hatte es wirklich schön gemacht jetzt so wie der gordon ist gestorben weil ein schlüssel von anderen seite das tür nehmen wollte das hat gefährlich leute eigentlich ein weiterer schacht wie viele ist davon hier wohl gibt vielleicht schaffe ich es nie wieder an die oberfläche zu gelangen ja doch wenn du stirbst dann kommst du wieder nach oben und dann bringen dich wieder alle nach unten großes fass ich will ich speicher es ist so gruselig ich weiß nicht weil ich keine ahnung habe warum ich immer sterbe so ja klar kann ich das machen ja klar ja klar kann ich das tun ich finde es schön wie der speicherpunkt heißt ja klar kann ich das tun wer geht soundeffekte wenn du in 1000 sagst du ach man so da sind kisten holzkisten so geht er aber was auch immer der inhalt sein mag er ist bestimmt vom wasser zerstört er ist bestimmt von wasser zerstört so wie er wie er wohl gestorben ist genau wie du nur dass er ein grabstählter bekommen hat er dort nur ein grabstählter bekommst wenn du stirbst Ja, weißt du, Samuel Gordon, der einzige Mensch, der auch in so einem abgefragten Ort gefunden werden wird und, ja, in Krabbschen bekommt. Einfach mal so. Einsturzstelle. Nee, da gehen wir noch nicht hin. Ich kann ja... Oh mein Gott! Die Fässer hier enthalten wahrscheinlich Öl oder Diesel. Dieses ist leer. Dieses ist leer. Sehr gut. Oh Gott, ich habe dir immer so eine Krabbsangst gemacht, weil ich dachte, ich sterbe. Oh mein, ist das gut, ey. Dieses Spiel macht mir so viel Angst, ey. Wie kann das so sein? Es ist ein Click-and-Point-Adventure und es macht mir so viel Angst. Das ist auch gut so. Hier ist eine Einsturzstelle und es ist ein Tunnel. Das ist ein Tunnel. So geht der. So geht's so. Und jetzt? Nein. Oh Mann. Okay, ich speichere mich nochmal. Das ist jetzt so eine... Nein, das wollte ich gar nicht. Komm ich nochmal zurück? Ja. Das ist die Speicherstelle. Alles, was ich versuche, wird erstmal gespeichert. Hier. Hallo. Nein, will er nicht machen. Okay. Dann gehen wir noch da. Jetzt habe ich umsonst gespeichert. Toll gemacht, Gordon, ey. Dann gehen wir erstmal nach Level 2 gehen. Jetzt stirbt wahrscheinlich alles ein. Dieser Gang ist unpassierbar. Achso. 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 Weißt du? Ey. Er ist der dümmste Mensch. Ich hasse diesen Jungen, ey. Samuel, stirbt bitte. Jetzt, sofort. Aber erst fährst du das Kabel an, weißt du? Ja, ich fasse mal das Kabel an. Ach, er ist so dumm, ey. Junge, was ist denn los mit dir? Das ist... Äh. Äh? Wieso kriege ich das nicht auf? Und warum wird das immer noch angezeigt? Vielleicht kann ich ja was ein bisschen besser machen. Wahrscheinlich kriege ich das richtig ein gewischt und stirbe. Oh, ich dachte schon. Okay, ist okay, tu es nicht. Okay, okay, tu es nicht. Okay, und jetzt? Kann ich mich bewegen, oder? Richtig gut. Okay, okay. Das ist okay. Eine Menge Sicherungen und Kabel. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Nichts? Achso. Ja, dann lass mich doch mal rein. Dann lass mich doch reingucken. Och, Junge. Warum? Nichts, was ich gebrauchen könnte. Ja, hier. Arr. Arr. Na, nicht. Ja, nicht so? Bis jetzt hat das immer gut funktioniert. Der Junge ist so behindert. Dann fällst du das einfach mal so an. Ein Fahrstuhlschacht. Der Fahrstuhl ist meine einzige Chance, an die Oberfläche zu kommen. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie in Betrieb nehmen. Das stimmt. Hallo? Wahrscheinlich funktioniert dieser Fahrstuhl nicht. Zum Maschinenraum. Okay. De Lore. Es stirbt er wegen De Lore. Sie ist sehr rostig, aber immer noch intakt. Intakt. Was sagt er noch? Sie ist sehr rostig. Ja, ja, ja. Damit müssen wir wahrscheinlich auch was machen. Hier ist ein Fass. Ein großes Fass voller Öl. Okay. Wahrscheinlich müssen wir damit auch was machen. Wahrscheinlich müssen wir das Fass wahrscheinlich darauf machen oder so. Können wir da... Nein. Noch nicht. Fahrstuhl. Aufsuchssteuerung. Kaputt. Kaputt. Okay. Schienenraum. Ähm... Was noch? Fahrstuhlschacht. Ich kann nur einige Meter weit sehen. Vielleicht kann ich den Fahrstuhl benutzen, wenn er nicht auf dem Boden des Schachts zerschellt ist. Zerschellt. Wie meine Träume in der Sonne. Einsturzstelle. Oh, ich hab... Na. Ähm... Oh, ich vergesse das auch immer. Dieses... Spielspeichern. Ja, ich kann es... Kann ich das... Ja, klar kann ich das tun. So. Weil wahrscheinlich sinken sich jetzt so viele Soboer. Wieso? Dieser Teil des Gangs wird durch hereingebrochene Erde blockiert. Da ist kein Vorwärtskommen möglich. Weil jetzt ist er so vorsichtig, ne? Aber... Erstmal das Kabel anfassen. Er ist so behindert. Ich hasse ihn. Er enthält nur Schlamm und etwas dreckiges Wasser. Er hätte ja auch mal sagen können, so... Ja, nee, ich fasse das nicht an. Weil das ein elektrisches Kabel ist. Nein. Er fässt es einfach mal an. Guck mal, ich bin da in der Leiche. Da ist ein anderer Gordon gestorben wieder. Ja. So viele Gordons hier. Die einfach wahllos Kabel anfassen. Riesiges Schwunggrad. Okay. Früher hat dieser riesige Mechanismus etwas Großes bewegt. Vielleicht hat er den Fahrstuhl bewegt. Vielleicht auch ein Gemächt. Was? Das ergibt gar keine Ahnung. Das Großes. Und du verstehst, was ich meine... Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie? Ja, keine Ahnung. Ich könnte... Äh, es ist doch nicht. Sonst ist hier nichts, ne? Aber wie? Sonst hast du auch gesagt, ja, YOLO. Zweck. Ich mach das jetzt... Ohne... Keine Ahnung. Ohne Steuerung. Aber jetzt, äh... Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Gordon. Richtig Gemüse geworden, ey. Richtige. Das war richtig cool, ey. Und jetzt? So, können wir jetzt was damit machen? Eine Menge sicher nichts, was ich gebrauchen könnte. Nur für den anderen Raum. Oder für den Fahrstuhl. Nein. Mach bloß nichts dran, ey. Ach, alter Junge. Ich hab keine Ahnung. Ich hab eine Ahnung. Vielleicht. Nein. Oder? Nein. Schade. Hättet ihr sein können. Nein. 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 Okay. So. Nein. Nein. Schade. 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 Ja. Ich hätte ja gedacht und so. Vielleicht das muss ich jetzt? Haut drauf. Hilft immer. Alles was nicht repariert werden kann, funktioniert am besten, wenn man drauf schlägt. Immer. Das ist immer eine gute Idee. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Es ist auch so. Keine Ahnung. Das Spiel hat manchmal so viel Logik. Ich hab keine Ahnung. Ah, sorry. Ich bin schon wieder aufs Mikro gekommen. Eheh. So. Haben die was von dem Skelett eigentlich genommen? Erstmal auf der gleiche Raum treten. Kein Abba. Ah, hier haben wir ja den Lappen. Der Stoff ist verrottet, aber noch immer fest. Ja, was soll ich jetzt damit machen? Der Stoff ist verrottet. Aber immer noch fest. Ja, wow. Wow. Ich hätte gedacht, vielleicht ist was auf dem Boden. Ja, ich kann mir uns eine Lampen, äh, eine. Ne. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass wir so eine Flagge machen können. Aber warum? So, der Leiche sagt ja nix, ne? Das ist dann für ihn nun voll normal. Das ist ja auch so kleine Sachen suchen müssen. So, sowas zum Beispiel. Da denke ich mir auch so. What the fuck? Oh, ey. Ich hab keine Ahnung. Das hab ich wahrscheinlich schon mal gesagt, oder? Hm. Ich hab keine Ahnung. Vielen Dank.